Wir sollten lieber einem Nachfolger Petri auf dem Weg in die Ewigkeit folgen, nicht wahr? Ihnen allen einen Gnadenfuhren, segenreichen Untergang, n'espression ingles, a happy amourcedon to you own, a happy amourcedon to you own, francese, chais et purgatoire, portugais, chais et purgatoire. Was war denn das? Es war der falsche Papst? Seien Sie der Gütteweinwerf oder was? Nein Franz Josef. Lieber zwei Päpste, wer in einem evangelischen Landesbischöfen nicht wahrnimmt? Ja, feinlich, so weit kommt's noch. Saufen wir schon selber. Eine Espressoone Vietnames... ...Wans Garis... ...Gammy Ham. Jetzt wird's aber... ...schöne... ...Können...